Der Bildschirm des iPhone ist eingefroren oder schwarz? In diesem Video zeige ich dir drei Methoden, um dies zu beheben. Fangen wir an. Methode 1 Neustart des iPhone erzwingen Wenn dein iPhone nicht mehr reagiert, kannst du versuchsweise einen Neustart zu erzwingen. Drücke kurz die Lautertaste und danach kurz die Leisertaste. Halte anschließend die Seitentaste so lange gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Wenn alles glatt läuft, sollte das iPhone jetzt wieder normal funktionieren. Methode 2 iPhone wiederherstellen mit iTunes Schließe dein Handy mit einem Lichtningkabel an den Computer an. Öffne iTunes. Versetze das iPhone in den Wiederherstellungsmodus. Klicke auf Wiederherstellen. Das iPhone wird dann zurückgesetzt. Nachdem die Reparatur abgeschlossen ist, verliert das iPhone auch alle Daten. Wenn du ein Backup hast, kannst du es auf dem iPhone wiederherstellen. Methode 3 iPhone reparieren mit Reiboot ohne Datenverlust Reiboot kann viele Arten von iPhone-Systemproblemen beheben. Schließe das iPhone mit einem Lichtningkabel an den Computer an. Klicke auf Starten. Wähle Standard Reparatur. Reiboot wird die Firmware herunterladen. Klicke auf Starten Standard Reparatur. Wenn der Prozess der Reparatur erledigt ist, wird das iOS-Gerät neu starten und jetzt auf den Normalzustand zurückkehren. Die Daten und Einstellungen bleiben so lange erhalten und das Problem wird beheben. Danke fürs Zuschauen, nicht vergessen Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Und das closed-un-Und-Und. Untertitelung des ZDF, 2020